Im Namen der EW Junior DBA grüßt ich Sie ganz, ganz herzlich zu diesem Bundeswettbewerb Junior hier in Berlin. Wir produzieren Mehrweg-Einkaufstechnung aus Baumwollstoff. Wir sind Spielmacher R.W. und wir produzieren das Spiel zum Turm für Jünger und Eier. Unsere Grundgeschäftsidee ist, dass wir Kerzenhalter aus natürlichen, nachwachsenden Materialien fertigen wollen. Wir verkaufen Armelder und Ketten aus abgecyceltem Nespresso-Klasse. Schülerinnen und Schüler sind für ein Jahr lang Unternehmer. Das heißt, sie gründen am Anfang des Schuljahres ihr Junior-Unternehmen, entwickeln ihre Geschäftsidee, beschaffen sich Startkapital, sie bilden Abteilungen und sie müssen dann in einem richtigen Unternehmen agieren. Wenn das Unternehmen gut läuft, dann können sie sich für den Landeswettbewerb bewerben in jedem Bundesland und die Landessieger gehen dann eben in den Bundeswettbewerb, der ja jetzt hier stattfindet. Hallo und herzlich willkommen zu Würzburg aktuell. Nicht nur für beide Geschlechter geeignet, sondern auch für alle Altersgruppen. Wir kommen an, wie wir heute sind, wie wir heute sind. Wir produzieren Gewürzkiste und Blöcke. Das Ganze ist, wie man merkt, an die Chemie angelehnt, die man so aus der Schule kennt mit den Reagenzgläsern. Und wir haben halt auch so ein kurioses System der Gewürze hergestellt. Aber wir wollen auch ein bisschen was Exquisites machen. Dazu haben wir Schwemmhölzer genommen und daraus auch was gebastelt. Ja und außerdem haben wir gedacht, wir wollen nicht nur, dass die Ständer aus natürlichem Material stehen, sondern auch unsere Kerzen. Deswegen stellen wir jetzt seit Neuestem auf unsere eigenen Kerzen her aus natürlichem Bienenwachs. Dann war das so, dass wir Kaffee getrunken haben und uns so dachten, okay, der Kaffee schmeckt gut, aber was passiert eigentlich mit diesen ganzen Kapseln, die dann übrig bleiben? Die schmeißen wir ja normalerweise einfach weg. Dann haben wir uns zusammengesetzt, ein bisschen rumprobiert, geformt, erhitzt, zusammengetackert, zusammengedrückt, und dann haben wir uns halt vieles ausprobiert und dachten so, okay, dann versuchen wir uns mal mit Armbändern und Ketten. Ein Juniorprogramm gefällt mir einfach das wahnsinnige kreative Potenzial, was man sieht, die Herangehensweise an Probleme. Dass es wirklich in der Realität sich abspielt, dass es nicht nur eine virtuelle Umgebung hat, es weist auch über den Tag hinaus. Viele Unternehmen gründen sich dann dauerhaft. Es ist gut neben der Schule, weil es einfach nichts mit diesem normalen Schulalltag zu tun hat. Es bleibt halt auch so wirklich länger im Kopf, als wenn man das im Grunde in der Theorie lernt. Je mehr man dann Erfolg hat, desto mehr motiviert es einen, und desto besser wächst man zusammen. Man wächst über sich hinaus, man wird erwachsen, man reift mit dem Jahr, und es ist kein gewöhnliches Schuljahr. Es ist was ganz Besonderes. Es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder.